Hey! Geil zu sein! Wohooooo! Hey! Glücklich! Herr Blinkmann! Der war's. Herr Blinkmann! Ich bin der Mann. Ein Mann. Mein Vater. Als ich ein kleiner Junge war, nahm ich meinen Vater mit dem Servus. Im Zirkus hat es mir sehr gefallen. Die Akrobatin, die Junglürer, der Magier, die schönen Kostüme. Aber am besten hat mir der Clown gefallen, der Gewehr schüttelt wie ein Luftballon. Wie glücklich ich darüber war. Stolz fühlte ich diesen Ballon in den Händen und nahm ihn überall mit ihm. Am Abend schlief ich mit ihm ein. Das war's ihm. Jetzt bin ich selbst, Clown, und bewahre die Erinnerungen aus den Kindertagen in meiner Seele. Bei meiner ersten Jummer im Zirkus schulde ich den Kindern bunte Luftballons. Ich denke, dass sie sich daran genau werfen, wie ich es einst tat. Die Manege ist mein Leben. Ich möchte den Zuschauern mit meinen Mühlen etwas von dem zurückgeben, was sie mir in den vergangenen Jahrzehnten Abend für Abend geschenkt haben. Lachen, Freude und Humor und einen guten Ruf überlaufen. Sieg der Walsch, der Gewehr von Popov für immer, euer Oleg Popov. Lachen, Freude und Humor und eine Walsch. Lachen, Freude und Humor und ein Walsch. Lachen, Freude und ein Walsch. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018